Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr das Elgato Wave 3 bzw. Elgato Wave 1 zusammen mit dem Elgato Stream Deck als digitales Mischput nutzen könnt. So habt ihr dann zum Beispiel die Möglichkeit für eurem Stream euer Spotify zu muten, während ihr das ja mal ganz normal noch über eure Kopfhörer hören könnt, was auf jeden Fall sehr, sehr praktisch ist, um eben halt Copyright Strikes aus dem Weg zu gehen. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn natürlich in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da, schaut natürlich gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die Video bewertet kommentieren und teilen könnt. Wie gesagt, braucht ihr, um das Ganze nutzen zu können, einmal das Wave 3 bzw. Wave 1. Bei den beiden Mikrofone ist nur der Unterschied, einmal natürlich der Preis und beim Wave 1 habt ihr hier ein paar weniger Einstellungsmöglichkeiten direkt am Mikrofon. Letztendlich funktioniert das Ganze mit dem digitalen Mischpult aber genauso gut bei beiden. Also könnt ihr euch eben halt beim Wave 1 ein bisschen Geld damit sparen. Und dann braucht ihr als zweites natürlich noch einmal das Stream Deck. Da könnt ihr auch keine Third-Party Stream Decks nehmen, also keine Stream Decks von einer anderen Firma, weil ihr damit eben nicht diese Option habt, die Wave Link Software mit dem Stream Deck nutzen zu können. Das geht eben halt nur, wenn ihr das Stream Deck immer auch von Agato habt. Hier gibt es aber auch wieder unterschiedliche Versionen, natürlich mit unterschiedlichen Preisen ihr nutzen könnt. Und zwar könnt ihr zum Beispiel einmal das Stream Deck Mobile nehmen, wodurch ihr eben halt ganz normal einfach nur eine App auf eurem Handy installieren müsst. Und ansonsten gibt es noch das Stream Deck in drei unterschiedlichen Größen. Einmal das Stream Deck Mini, das normale Stream Deck und auch das Stream Deck XL. Um wirklich ein Mischpult nutzen zu können, sollte man auf jeden Fall mindestens das Stream Deck nehmen, damit man eben halt auch wirklich dort einige Einstellungsmöglichkeiten hat. Und beim Stream Deck Mini sind die immer mit sechs Tasten viel zu wenig Einstellungsmöglichkeiten, um das wirklich richtig nutzen zu können. Trotzdem, falls ihr sehr, sehr wenig Geld habt, dann könnt ihr das natürlich auch genauso damit nutzen. Hauptsache ihr habt auf jeden Fall 1,3,4 Versionen. Dafür müssen wir einmal hier auf die Agato Website wieder raufgehen und oben rechts auf Downloads klicken. Und dort müssen wir dann als erstes einmal unser Wave Mikrofon auswählen, also Wave 1 und Wave 3. Dann müssen wir das natürlich einmal runterladen. Die Software dazu nennt sich Wave Link. Und dann müssen wir als nächstes noch einmal zum Stream Deck das Ganze herunterladen. Wenn ihr das beides installiert habt, dann sollten die beiden Apps ungefähr so aussehen. Wenn ihr diese App startet, werden wahrscheinlich noch nicht so viele Inputs hier sein. Um weitere hinzuzufügen, müsst ihr nämlich einmal auf einen freien Channel klicken, dort ein Audio Device hinzufügen. Und falls ihr immer noch keine, falls ihr immer noch nicht diese ganzen Inputs ausgewählt habt, dann werden euch die hier auch noch angezeigt. Jeden Input könnt ihr auch nur ein einziges Mal verwenden. Das heißt, falls ihr immer schon alle eingestellt habt, dann werden die euch logischerweise natürlich auch nicht mehr hier angezeigt. Letztendlich müsst ihr tatsächlich auch nicht den Input, der hier Music heißt, für Musik wirklich benutzen. Ihr könnt das am Ende für alles benutzen, aber das Zeichen ist ja eben halt für Musik und deshalb empfiehlt es sich natürlich am ehesten, das dann auch direkt für Musik zu nehmen. Um jetzt aber das Ganze auch nutzen zu können, muss man noch einmal hier auf dieses Icon klicken, damit sich einmal die Einstellungen öffnen. Denn Wave Link weiß natürlich von Anfang an noch nicht, was wirklich zu eurer Musik gehört. Also was ihr benutzt, um eure Musik zu hören oder was zum Beispiel euer Browser ist, was eure Games sind. Und deshalb müsst ihr das alles nochmal einzeln zuweisen. Dafür geht ihr wie gesagt einmal hier in die Einstellungen und müsst dann einmal beispielsweise bei Discord dann hier raufklicken auf die Outputs. Das ist immer hier die obere Auswahlmöglichkeit. Den Input, den könnt ihr so lassen, das ist egal, was ihr dort nehmt. Aber im Output müsst ihr auf jeden Fall einmal raufklicken und dann eben halt die Wave Link Sache dafür benutzen. Wenn ihr zum Beispiel Discord habt, solltet ihr am ehesten dort wahrscheinlich den Voice Chat benutzen. Falls ihr eben halt euren Browser habt, dann solltet ihr Browser dort benutzen und so weiter. Da könnt ihr das Ganze eben halt einstellen, dass Wave Link AUX 1 und Wave Link AUX 2, das ist sozusagen einfach eine unbenannte Quelle. Das heißt, dort könnt ihr ja ganz einfach alles raufwerfen und das hat dann eben halt kein wirkliches Symbol und ist sozusagen ein digitales Audio-Kabel. Wodurch ihr eben halt nochmal ein paar weitere Möglichkeiten habt, die ihr dann eben halt zuweisen könnt. Das müsst ihr natürlich für alle Apps immer einzeln einstellen. Das heißt, wenn ihr eine neue App installiert, müsst ihr das Ganze einfach hier nochmal neu einstellen. Wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr es eben halt auch am Ende nicht hören können. Also wundert euch nicht, wenn ihr das Ganze eben halt so in diesem Audio-Setup habt, dass ihr eben halt neue Apps generell erstmal ohne Ton habt. Um die ganzen Apps hier natürlich sehen zu können, sollten ja auch geöffnet sein. Das heißt, ihr müsstet ihr einmal jedes Spiel dann einmal öffnen, damit ihr das Ganze eben halt hier auch einstellen könnt. Wenn ihr es aber einmal eingestellt habt, dann könnt ihr es natürlich auch wieder schließen und beim Restart ist es dann automatisch wieder eingestellt. Um aber letztendlich auch was hören zu können, müsst ihr noch beim Monitor-Mix hier einstellen, was eure Lautsprecher sind. Da ist nämlich automatisch ausgewählt hier diese Headphones vom Elgato Wave 3, denn das hat ja hinten am Mikrofon einen Audio-Anschluss dran. Wenn ihr dort euer Mikrofon bzw. euren Kopfhörer nicht angeschlossen habt, dann müsst ihr eben halt das auswählen, wo es wirklich angeschlossen hat. Bei mir wäre das zum Beispiel Realtek Air Audio und das müsst ihr dann einmal anklicken, damit ihr eben halt darüber dann auch euren Sound hören könnt. Der Monitor-Mix ist ja immer das, was ihr eben halt auf euren Kopfhörern hört und das Stream-Mix ist das, was letztendlich an UBS weitergeleitet wird. Dazu, wie man das allerdings einrichtet, kommen wir erstmal später. Als erstes werden wir uns hier noch einmal die ganze Oberfläche anschauen und zwar haben wir hier auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten, die wir einstellen können. Als erstes können wir nämlich hier oben einmal sehen, was die ganzen einzelnen Inputs sind. Und hier oben mit den grünen Balken könnt ihr einmal immer sehen, wie laut das Ganze auf dem linken und auf dem rechten Ohr ist. Dadurch, dass natürlich nicht alle Sachen stereo sind, wie zum Beispiel das Mikrofon, was natürlich ein Monomikrofon ist, sind beide dann gleich. Falls ihr aber zum Beispiel Musik hört, wo eben halt häufig auf dem linken und rechten Ohr unterschiedliche Sachen sind, also unterschiedliche Lautstärken sind, könnt ihr immer dann hier sehen, dass es links und rechts ein bisschen unterschiedlich ist. Also, falls ihr eben halt stereo eingestellt habt bei eurem Mikrofon, dann solltet ihr auf jeden Fall sehen, dass es hier unterschiedlich ist. Und damit könnt ihr das auch ein bisschen überprüfen, weil es sich nämlich meistens auf stereo nicht wirklich so gut anhört. Und dadurch könnt ihr das Ganze etwas leichter überprüfen. Ansonsten könnt ihr hier direkt auch immer die Einstellung, also die Lautstärke direkt einstellen. Ihr könnt nämlich auf der rechten Seite einmal eben einstellen, wie laut es für den Stream sein soll, beziehungsweise für OBS generell sein soll. Und dann wie laut es auf dem Kopfhörern sein soll. Ihr könnt nämlich zum Beispiel auch direkt eurem Mikrofon abhören und dadurch eben halt hören, wie ihr euch selbst eben halt anhört. Meistens ist es aber eher praktischer, das Ganze zu verwenden. Wenn man zum Beispiel Musik hat, dann könnt ihr das nämlich zum Beispiel für den Stream komplett muten. Dafür könnt ihr auch hier unten einfach komplett draufklicken. Und ihr könnt natürlich hier den Regler auch einfach verschieben. Dadurch wird sich natürlich die Lautstärke ebenfalls für den Stream ändern. Oder ihr könnt es natürlich auch für euch leise machen und nur für den Stream laufen lassen, wenn ihr zum Beispiel Copyright Free Music habt, die ihr eben halt selbst gar nicht hören wollt. Wenn ihr hier oben draufklickt, dann könnt ihr das Ganze linken. Das heißt, wenn ich jetzt eines verschiebe, dann verschiebt sich das andere auch gleich mit. Wenn ihr das vorher auf einem unterschiedlichen Level hatte, dann wird sich eben halt der Abstand dadurch auch nicht vergrößern. Das heißt, ihr könnt das dann im gleichen Schritt lauter und leiser machen. Ist auch immer wieder ganz praktisch. Und wenn ihr das eben nicht so habt, dann könnt ihr eben halt beides komplett einzeln verschieben. Das könnt ihr natürlich für jeden Input einzeln machen. Und hier unten beim Monitor Mix und beim Stream Mix könnt ihr zusätzlich auch nochmal die generelle Lautstärke verringern. Das heißt, falls ihr eben halt generell für eurem Kopfhörer leiser haben wollt und zwar über alle Tracks, dann könnt ihr das auch hier unten machen. Und hier mit diesem Icon könnt ihr eben halt entscheiden, ob ihr das hören wollt, was eben halt für eure Kopfhörer gedacht ist. Oder ob ihr eben halt das zwischendurch hören wollt, was eben halt für euren Stream gedacht ist. Da wir können dann zum Beispiel checken, was die Audio Levels sind, die ihr eben halt euren Stream hört. Weil es nämlich manchmal etwas schwierig ist, das Ganze zu erkennen, wenn ihr natürlich eben halt auch von Kopfhörern immer ein unterschiedliches Soundlevel habt als für euren Stream. Bei mir habe ich tatsächlich das Mikrofon komplett gemutet in der Wavelink-Software. Das heißt, ich benutze sozusagen Wavelink als reines Mischpult für meine ganzen Sachen, die immer von meinem PC kommen. Also etwas wie Musik, Discord, mein Spielsound und so weiter. Nur dafür benutze ich das und das Mikrofon packe ich später einzeln in OBS rein. Wie gesagt, zeige ich euch auch noch, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr aber wollt, dass ihr das Ganze immer etwas leichter habt und alles immer zusammen so in OBS reinpacken wollt, dann müsst ihr hier immer darauf achten, dass es auf jeden Fall für den Stream entmutet ist, damit man das Ganze natürlich hier auch einmal über den ganzen Mix am Ende hören könnt. Denn alles, was hier in Stream Mix reinkommt, das werdet ihr dann letztendlich auch in OBS als Quelle reintun. Und das wird dann alles zusammen eben halt in OBS dann drin sein. Jetzt werden wir uns als nächstes direkt einmal zum Stream Deck wenden. Und hierfür habe ich, weil ich das Ganze eben schon vorher alles so eingestellt habe, ein Extraordnen gemacht. Ihr werdet allerdings die Wavelink-Software hier noch nicht direkt sehen können. Und dann müsst ihr dafür einmal auf More Actions klicken und dann nach Wavelinks suchen und das Ganze einmal installieren. Ihr könnt ja auch noch Profile dafür installieren. Wenn ihr noch keine weiteren Tasten hier eingestellt habt, dann wird es auf jeden Fall ganz praktisch sein. Da ich aber das Ganze schon eingerichtet habe, habe ich das dann immer nicht installiert, also kein neues Profil installiert und das Ganze in einen neuen Ordner gepackt. Und hier ist dann alles sozusagen für meine Wavelink-Integration. Um hier diese ganzen Tasten auswählen zu können, müsst ihr einmal oben rechts dann auf Wavelinks suchen. Solange ihr das Ganze installiert habt, dieses Plugin, solltet ihr das Ganze sehen können. Ihr müsst dafür auch Streamlack nicht schon mal neu starten, um das Ganze sehen zu können. Sondern es sollte einfach Instant funktionieren. Hier gibt es dann als erstes einmal zwei unterschiedliche Sachen, die ihr benutzen solltet. Und zwar einmal die Mute-Input-Funktion und dann auch die Adjust-Input-Volume-Funktion. Die habe ich hier alle angewendet. Und zwar habe ich das Ganze einmal für meine Kopfhörer gemacht und dann noch einmal für den Streamlacks gemacht, damit ich eben halt einzeln zum einen Sachen für meine Kopfhörer muten kann, leiser, lauter machen kann und natürlich für den Stream leiser, lauter und natürlich auch muten kann. So habe ich zum Beispiel auf der rechten Seite hier immer meine ganzen Sachen für den Stream und auf der linken Seite das Ganze für meine Kopfhörer. Dafür habe ich dann einmal für jede Source immer einmal einen Mute-Button gemacht und dann zweimal einen Adjust-Volume-Button. Bei dem einen Adjust-Volume-Button habe ich dann immer als Step-Size angeklickt, ein Minus 5. Falls ich hier auf Plus 5 klicke, dann wird sich das Ganze automatisch zu einem Plus verändern, wenn ihr bei Minus seid. Bei egal welcher Stufe, dann wird sich das Ganze einfach zu einem Minus verändern. Falls ihr auch noch sehen wollt, um welchen Schritt sich das verändert, könnte ich hier auch einfach noch in den Titel eine Zahl reinschreiben. Da müsst ihr als nächstes natürlich noch auswählen, was euer Input ist, also was ihr verändern wollt. Wenn ihr das hier anklickt, dann verändert sich auch die Farbe, beziehungsweise wenn ihr das hier vorne bei dem Mute-Button anklickt, dann wird sich auch noch das Bild dazu verändern. Zusätzlich müsst ihr auch noch anklicken, natürlich für wen das ist, also ob es euer Stream ist oder für euer Kopfhörer ist. Dafür müsst ihr einmal auf Output draufklicken und dann hier entweder Stream-Mix oder Monitor-Mix auswählen. Das habe ich dann für jede Source einmal gemacht, also für Browser, Game, Discord und Musik immer plus 5 und hier minus 5 und dann hier ein Mute-Button. Das praktische beim Mute-Button ist auch, dass ihr dort direkt sehen könnt, was es zum einen für eine Quelle ist, also mit dem Feld kann man das immer ganz gut sehen. Ihr könnt hier auch zusätzlich noch immer sehen, ob das Symbol für Stream ist oder wie hier der Kopfhörer ist. Und dann könnt ihr hier unten auch immer noch direkt sehen, wie laut das Ganze ist mit der Prozentzahl. Hier zum Beispiel 100% ist gerade ein Browser für den Stream und für mich ist das dann auch 100%. Dadurch kann man das auf jeden Fall immer relativ easy überprüfen. Ihr könnt natürlich hier selbst entscheiden, was ihr dort alles einstellen wollt, aber für mich ist das auf jeden Fall das, wofür ich das eben benutzen will, dass ich eben halt jeder einzelne Source einzeln lauter stellen kann, für mich lauter stellen kann, für den Stream lauter stellen kann und so ist eben halt einzeln direkt per Knopfdruck einstellen zu können. Und wenn wir das eingestellt haben, dann ist der letzte Step nur noch, dass wir es einmal in OBS einstellen. Dafür gehen wir jetzt einmal zu OBS rüber. Falls ihr natürlich eine andere Version von OBS benutzt, wird das Ganze etwas anders aussehen. Insgesamt sollten es aber die gleichen Steps sein. Und zwar müsst ihr als erstes einmal auf Settings klicken und dann auf Audio klicken. Und dort müsst ihr dann bei eurem Mikrofon auswählen Wave Link Stream. Das ist sozusagen der gesamte Stream Mix. Das heißt, alles, was ihr beim Stream Mix als Output habt in eurer Wave Link Software, wird über den Wave Link Stream dann hier auch in OBS übertragen. Das heißt, wenn ihr dort euer Mikrofon ausgewählt habt, dann müsst ihr gar nichts weiteres machen. Dann ist alles direkt da drauf. Alle Lautstärken, die ihr dann also in Wave Link einstellen, werdet dann auch direkt zu OBS übernommen, was auf jeden Fall für das einfache Streamen, für das einfache Videoaufnehmen komplett ausreicht. Wenn man aber vor allen Dingen Videos aufnehmen will und dort dann im Nachhinein noch so etwas einstellen will, wie die Lautstärke vom Discord, vom Game oder eben halt vom Mikrofon einstellen will, dann ist es auf jeden Fall praktisch, das Ganze noch etwas erweitert zu machen. Und dafür müsst ihr, wie gesagt, in eurer Wave Link Software einmal euer Mikrofon auch für den Stream Muten, sodass ihr eben halt wirklich nur euer Desktop Audio in der Wave Link Software habt. Wie gesagt, falls ihr das nicht machen wollt, seid ihr hier schon fertig, dann müsst ihr die ganzen Steps, die jetzt eben halt kommen, gar nicht mehr machen. Falls ihr aber letztendlich noch diese weiteren Steps machen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und zwar müssen wir jetzt einmal die ganzen unterschiedlichen Tracks, die wir vorher auch im Wave Link ausgewählt haben, einmal in OBS auswählen. Dafür könnt ihr zum Beispiel ganz einfach auf Desktop Audio klicken und dann hier Wave Link Voice Chat zum Beispiel auswählen, damit wir dann eben halt unser Discord auf einen eigenen Track in OBS direkt reinpacken können. So habe ich das zum Beispiel mit dem Voice Chat gemacht, mit dem Game Sound und dann natürlich noch einmal mein Mikrofon ausgewählt. Für Sagato Wave wäre das dann einfach hier Mic In, was ihr auswählen müsst. Und zusätzlich habe ich nochmal als zweites Mikrofone Wave Link Stream ausgewählt, damit das sozusagen auch nochmal eine zusätzliche Quelle ist, die ich dann als gesamten Mix dann auch benutzen könnte. Hier müssen wir aber aufpassen, denn jetzt kommt natürlich als erstes einmal natürlich das Game Audio zum Beispiel über den Wave Link Output und dann nochmal zusätzlich über den Game Output. Das heißt, am Ende würde sich das in der Aufnahme oder im Stream gedoppelt anhören und dafür müssen wir noch ein paar zusätzliche Einstellungen machen. Dafür müssen wir nämlich als nächstes einmal wieder in die Settings gehen, auf Output klicken und dann einmal hier bei Stream auswählen, welcher Audio Track gewählt werden soll. Dafür müssen wir nämlich einmal hier in unsere Settings wieder gehen, auf Output klicken und dann hier einmal auf Streaming gehen und dort können wir einmal einen Twitch VOD Track wählen und einen normalen Audio Track nehmen. Der normale Audio Track hier ist immer dafür da, was ihr immer am Ende das Stream hört. Das heißt, dort sollte alles dann drauf sein, was immer der Stream am Ende hören soll. Am besten natürlich einmal euer Wave Link, dann euer Mikrofon. Falls ihr Lerdsounds habt, sollte das auch auf jeden Fall darüber gehen. Dafür habe ich zum Beispiel Audio Track 6 genommen und für mein VOD Track will ich zum Beispiel keine Lerds drin haben, damit ich das später in der Aufnahme, wenn ich eben halt letztendlich das Twitch VOD runterladen will für ein Video, dass ich dort immer keine Lerds drin habe. Deshalb habe ich das auf Track 1 gepackt, damit dort sozusagen nichts davon raufkommt. Für die Aufnahmen müssen wir das Ganze natürlich auch nochmal einzeln einstellen. Dafür habe ich dann die ganzen restlichen Tracks benutzt, also Track 2, 3, 4 und 5. Die vier Tracks sind dann sozusagen dafür da, dass wenn ich das in Aufnahmen habe, wenn man ein Schnittprogramm hat, dass dort halt alle vier Spuren einzeln angezeigt werden. Da müsst ihr aber aufpassen, dass es nicht in jedem Schnittprogramm funktioniert. Falls ihr aber DaVinci Resolve benutzt oder solltet ihr wie Premium Pro benutzt, funktioniert das auf jeden Fall. In manchen ganz günstigen beziehungsweise Gratisschnittprogrammen funktioniert das aber wie gesagt teilweise nicht. Also schaut am besten vorher einmal in euer Schnittprogramm rein, ob das überhaupt Multiple Tracks supportet. Falls es aber geht, würdet ihr zum Beispiel, wenn ihr hier diese Aufnahme am Ende in euer Projekt, in eurem Schnittprogramm reinladet, würden eben halt vier unterschiedliche Audio Tracks angezeigt werden. Und wenn man das jetzt richtig routet, dann kann man zum Beispiel einen Cent später im Schnittprogramm das Game Audio, den Voice Chat und eben mal das Mikrofon auch alles leiser machen und hat dadurch eben mal nicht so viel damit zu kämpfen, dass das Ganze eben von Audio Levels dauerhaft von vornherein passt. Wenn dann zum Beispiel hinten im Voice Chat irgendjemand richtig laut schreit oder einfach nervig ist, dann kann man das Ganze einfach noch später im Schnittprogramm muten, was auf jeden Fall extrem praktisch ist und manchmal einem auf jeden Fall auch vor allen Dingen die Aufnahme retten. Damit das jetzt aber richtig funktioniert, müsst ihr noch einmal auf die Advanced Audio Properties gehen. Da müsst ihr einmal hier aufs Zahnrädchen gehen und dann auf Advanced Audio Properties gehen. Und hier müsst ihr dann einmal eure ganzen Tracks den ganzen Sources hinzuweisen, das heißt den ganzen Audio Devices, die ihr habt, die müssen dann auf eigene Tracks zugewiesen werden. Wie gesagt, wir hatten ja den Twitch VOD Track, wo wir keine Alerts haben wollten, deshalb sind hier Alerts aus. Chat, Widgets und Streamcam könnt ihr übrigens komplett ignorieren, da kommt es oder so kein Sound rüber. Wir müssen immer nur Mikrofon, Game, Discord, die Alerts wie gesagt und natürlich Wave Link beachten. Und da wir natürlich das Ganze erstmal als generellen Mix haben wollen, habe ich dort Wave Link und Mikrofon ausgewählt, sozusagen das, was am Ende auch der Stream hört. Bei Stream ist dann nämlich zum Beispiel alles ausgewählt. Die habe ich nur die beiden Sachen ausgewählt, weil ich natürlich auch meinen Browser nicht nochmal extra habe. Man kann eben halt nur zwei unterschiedliche Desktop Audio Devices in OBS benutzen und deshalb und deshalb wenn ich was im Browser mir eben halt angeschaut habe, dann würde man das eben halt sonst nicht im VOD Track hören können und man kann ja sowieso nur einen einzigen Audio Track am Ende im Twitch VOD haben und deshalb lohnt es sich auch nicht dort irgendwas anderes einzustellen. Also würde ich euch auch empfehlen einmal Wave Link und dann natürlich auch ein Mikrofon auszuwählen. Für den Stream, das hatten wir ja auf Track 6, habe ich dann alles einmal angelassen, bis auf natürlich Discord und Game, weil natürlich auf diesen beiden Sachen das Ganze auch schon bereits über Wave Link gegangen ist. Also über Wave Link hört man ja sowieso Discord und Game Sound und deshalb muss man das da nicht auch nochmal extra hören. Die restlichen vier Tracks wollten wir ja wie gesagt für die Aufnahme benutzen. Dort habe ich als erstes einmal mein Mikrofon ausgewählt, was auf dem ersten Track ist. So hört man das zum Beispiel in der Aufnahme immer nur als erstes das Mikrofon. Das heißt, falls man das auch direkt auf YouTube hochladen sollte, dann wird kein Sound im Hintergrund irgendwie benutzt, sondern es würde dann immer wirklich nur der Mikrofon Sound hochgeladen werden, da immer bei YouTube dann immer nur direkt der erste Track benutzt wird und immer keine weiteren Tracks benutzt werden. Als zweites habe ich dann aber trotzdem meine Wave Link Mix benutzt, das heißt, damit könnte ich dann zum Beispiel, wenn ich immer trotzdem Addison Browser gehört habe oder dort immer Sound vom Browser kam, dass ich das dann immer notfalls darüber auch noch anstellen kann. In der Regel wäre das aber ein Track, der auf jeden Fall sehr, sehr schnell weggecuttet werden würde und dann habe ich nochmal auf Track 4 meine Game Sound und auf Track 5 am Ende Discord, sodass ich eben halt normalerweise in meinem Schnittprojekt Track 2, 4 und 5 benutzen würde. Bei Track 2 kann ich dann mein Mikrofon lauter und leiser beispielsweise machen. Bei Track 4 kann ich dann mein Game Sound einstellen und bei Track 5 kann ich dann auch mal meinen Discord Sound im Nachhinein einstellen. Wenn ihr das alles gemacht habt, werdet ihr dann am Ende die Möglichkeit haben, in eurem Stream mit dem Stream Deck die ganzen Lautstärken von den einzelnen Apps einstellen zu können und so natürlich zum Beispiel auch die Musik für euren Stream kommen, wenn ihr ganz normal euren Copyright Music hören könnt und ihr habt natürlich gleichzeitig die Möglichkeit im Schnittprogramm später die einzelnen Tracks die einzelnen Apps dann eben auch nochmal lauter und leiser stellen zu können damit euch auf jeden Fall keine weitere Aufnahme verloren geht bzw. die Qualität auf jeden Fall von euren Aufnahmen und von euren Streams besser wird. Ich hoffe ich konnte euch auf jeden Fall mit diesem Video weiterhelfen. Schreiben mir immer gerne Feedback in die Kommentare und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.